. Und Rave. Rave. Jan ist setz. Mein Fuss hat etwas spät, und mein Zug. Ich bin um sechs Uhr hierher gefahren. Mein Zug ist immer noch nicht da. Wenn ich den Flieger nicht bekomme, dann Mon. Und ich habe alle Klabel vergessen. Alles vergessen. Also folgendes Problem, ich muss um 9 Uhr fliegen, aus Frankfurt, muss zum Flughafen fahren. Der Zug, den ich Kapitän, wird eigentlich zum Flughafen fahren. Das Problem ist, der Zug hat Verspätung und dann steigt man im Zug ein, dann wird Umzug gesagt. Der hält jetzt irgendwie doch nicht Flughafen, wird irgendwie spontan abgesagt. Und jetzt, der hält irgendwie nur Frankfurt meinen Süd. Ich muss um 9 Uhr fliegen, wenn ich den anderen Zug nehmen würde, wäre ich erst um 9 Uhr in Frankfurt. Und jetzt muss ich halt irgendwie... Hallo, wir sind hier gerade im Flugzeug. Nice. Hallo Wien. Alter, der ist ja übel cool aus. Was ist denn das? Was ist denn das? Oh, Drip Jack, Drip Jack, Drip Jack, Drip Jack. Okay. What shoes are you wearing, bro? Wearing heißt wahrscheinlich, oder? Ja, zufuck, ja, mate. Irgendwelche Schuhe. Nice, nice, nice. Danks, bro, nice. Nice, nice. Backy Jeans. AMA Studios, nice. Gudi und Kevin Kleingarten. Oh, nice Jackarten. Ich bin fresh, yo. Was war's? Das ist Noah Rayleigh. Noah Rayleigh. Oh my God. Yo, Vlog, ich hab noch gar nicht gezeigt, ich hab noch gar nichts Zeit, ich hab vorhin schon aufgenommen, aber da war die Mutter von Janis Zett im Bild, deswegen muss ich das jetzt nochmal zeigen. Wave, Janis Zett und Wave, Noah Rayleigh. Also ganz wichtig, sag mal kurz, was deine Idee war für den Vlog. Also dann schreiben die in die Kommentare, was ich künch bin. Ich schreibe in den Wave-Adealen-Runde. Ja, das ist so dumm. Wir müssen nur ein bisschen fern, weil wir müssen so nach Fotos fragen und so. Ist hier gut? Dann gucken wir sie nach unten, ob jemand guckt. Boreal, können wir ein Foto machen? Boreal! Ey, können wir ein bisschen Bild machen? Können wir ein bisschen Bild machen, Bro? Bitte. Können wir ein bisschen Bild machen, können wir ein bisschen Bild machen? Bitte, Bro, bitte. Können wir deine Schnauze? Hallo, wir sind hier gerade mit Menschen, mit dem hier. Keine Ahnung, wer das ist. Wave, check, wave, und der hier. So, Jungs, wir finden unser Apartment nicht. Wir sind falsch. Nein, 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 wir finden unser Apartment. Warte, Noah. Auto-Tech, Clip-Tech. Schuhe von Nike, Hose von Nike, Rudi von Nike, Jack von Nike. Janis, was ist denn bei einem Dream-Hack-Hochstackern? Ja, ich bin da. Dream-Hack. Jo, moin. Soll ich mal kurz eine richtige Antwort machen, damit sich die Leute wieder abfangen? Ja. Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Room-Tour auf meinem Kanal. Okay, wir können euch fangen an. Also, wir haben hier ein wunderschönes Badezimmer. Ich muss euch vorstellen, ihr kommt rein. Ihr kommt rein. Okay. Ihr kommt rein durch die Tür. Hier sitzt jemand. Komm, ihr habt eine Freundin. Ihr habt das perfekte Traummädchen. Sie sitzt hier. Jo. Und dann, es geht hier weiter. Ihr könnt ja auch einfach immer, ihr habt ja auch einfach mal einen Spiegel. Da könnt ihr euch auch immer kurz angucken und euer Outfit checken. Was ist gerade bei mir auf jeden Fall ziemlich, ich bin sehr verschwitzt und sowas. Dann könnt ihr hier reingehen. Dann gibt's hier rechts. Links. Jo, already. Dann, gibt's hier eine Kühlschrank. Ist hier was drin? Ja, ja. Echt? Crazy. So, dann haben wir hier einen Tisch. Da haben wir... Jo, hier ist auch ein Tisch. Jo, das geht Tisch. Und hier haben wir... Also, es ist auch... Ey, wir müssen ja eigentlich wirklich feiern. Ich bin ja ehrlich. Wir müssen ja wirklich feiern. Nice online sind ja. Vlog entscheidend. Alkohol, alles kaufen. Alkohol, alles kaufen. Aber man kann sich hier hinsetzen. Man kann sich verringert auch hier hinsetzen. Ist hier ein Mädchen? Ist hier ein Mädchen? Ich sehe schon ein Mädchen neben dir. Nice. And maybe I'm stinking, because I sweat it. So. Er ist Englisch? Stinking. Hier ist ein schöner Fernseher. Hier haben wir so einen jungen Herren. 15 Jahre, Fortnite-Spieler. Wollen Sie sich vorstellen? Ja, hallo. Mein Name ist Luh. Ich bin Fortnite-Profi. Okay, nice, bro. Hab schon einige Örnees. Ja, ja, okay. Jetzt kommt das Highlight, okay? Kommt die Badewanne. Ey, ich mach, glaub ich, wirklich einen Hot-Tour-Streamer. Ja? Ja. Okay. Dann. Jetzt. Liebesnest Nummer 1. Liebesnest Nummer 1 von... Liebesnest Nummer 1 von... Und mir. Wir machen uns ein Bad-Check. Wir machen ein Bad-Check, okay? Das ist crazy. Das hat er schon gemacht? Mach mal, mach mal. Mach mal, mach mal. Das ist jetzt ein bisschen body-shaming, als ich habe irgendeinem. Ich führe das gut. Sophia POV. Sophia POV. So, nächstes Zimmer. Die Scheiße. Das wahrscheinlichste war von Rion Yannis. Wir haben hier schöne Lampen, schöne romantische Lampen. Kann man sich auch drauf werfen. Wird genauso sein. Und dieses, ey, das ist... Digga, stell dir vor, du kannst dich crazy auf Instagram-Poto so einfach machen. Ich mach mal kurz ein Instagram-Poto. Warte mal. Ich fühle so gut, als würde ich diese Nachdenkens-Pose... Okay, das ist crazy. So, dann haben wir noch das Highlight. Meiner Meinung nach. Ihr müsst immer mit Instagram-Kopf verhalten. Stell dir vor, ich... Also, stell dir vor... Das macht Sinn. Jo, nichts. Sag dir, stell dir vor, ihr seid mit deiner Frau hier. Nein, wir sind Grindr, wir laden keine Frau mehr. Das darf aber wirklich nur ich benutzen, weil wenn das ein Rade-Vlog rein kommt, was ich gerade labert, dann ist wieder die ganze Kommentare von mir cringe. Bei mir alle Kommentare von mir guter Vlog. Super. Nein. Dann kann man hier hochgehen. Das ist... Guck mal kurz. Die ist echt... Die wackelt gar nicht, diese Stube. Film mal, film mal das auf die Apple. Ja, okay, okay. Und dann ist man auf jeden Fall hier oben. Ja, und hier ist auf jeden Fall auch crazy. Aussicht auf ganz Wien, Leute, eigentlich, so ziemlich... Also, hier... Ja. Ganz Wien einfach? Wir sehen hier, Janis und Noah holen sich gerade High Ground hier. Ja. Weißt du, was Noah vorhin mir geschrieben hat? Er so... Er sitzt im Flugzeug und er so... Chill, oder was hast du geschrieben? Ich werde gerade gefulltabt von allen Leuten im Flugzeug. Gechrappt, weil die stehen aber alle da. Ich glaube nicht aus. So, Jungs, ihr habt die Roomtour gerade gesehen. Ich habe jetzt noch kurz mein Bart frisch gemacht. Warte, wo ist denn noch mal dieser Spiegel? Spiegel. Spiegel. Hier gab es einen Spiegel. Spiegel. Und... Ihr müsst vertraut mir, es ist ein Geheimtipp, okay? Ihr müsst euch merken, ihr nehmt eine Vase und trinkt Wasser daraus. Das ist crazy. Wer ist denn jetzt hier, wie ein junger Gott? Fortnite. Ah, das ist Ivo. Er hieß Englisch. I can speak English. Das ist du. Was meinst du, was essen wir jetzt? Wir sind hier in der Pizzeria in Wien. River. Eine sehr gute Pizza. Einer der besten Pizzer in Wien. Also besser, was ihr alle gewöhnt seid. Definitiv. Er sagt, es ist besser als alle Deutsch-Pizzer. Was sagt ihr dazu? Das schon. Das schon. Das sind wirklich die dicksten. Alle in einem Kaff, da gibt es so Tiefkühlpizza oder so. Du wohnst hier im größten Kaff. Ich muss sagen, der Rand ist crazy. Der Rand ist wirklich crazy. Ich muss sagen, ich fand die Pizza crazy. Die war wirklich sehr, sehr gut. Jungs, du hast recht. Du hast ehrlich recht. Die Pizza ist wirklich krass. Ich bin da schlecht. Ich bin da schlecht. Sicher? Wie fandest du die? Eins bis zehn? Eins. Du. Sag mal, eins bis zehn. Eins bis zehn? Ich bin noch nicht fertig, aber würde ich sagen, fünf. Fünf, Janis? Der hat keinen Geschmack. Ich muss sagen, die Salami ist zwar nicht verteilt, man braucht die Pizza. Und man muss die auch selber schneiden. Ja. Das geht eigentlich nicht. Ich reichne. Aber kommt mir die Pizza? Ich gebe der Pizza ehrlich eine acht. Ja, ich will auch eine acht geben. Was für eine sechs? Hä, bist du dumm? Falls ihr euch gefragt habt, wie reich Leute von Rave sind. So reich, Digga. Wirklich. Das ist wirklich crazy. Ey, danke trägst du da noch. Nein, gar kein Ding, Bro. Das ist wirklich crazy. Wir haben so viel Platz. Jo, Jungs. Wir sind jetzt hier bei Max zu Hause. Vardial muss jetzt hier ein Turnier mit Trimax spielen. Muss leider. Muss leider. Wird gezwungen. Sehr gut. Das du. Das Rave nur already. Rave Janis Z. Rave Vardial. Rave Trimax. Gigi, Jungs. Ich will was sagen. Ist das order? Gigi. Schade, Mann. Schade, Mann. Let's go, Mann. Let's go. Let's go. Let's go. Ich bin einfach im Stieren jetzt. Wie kann man so komisch sein? Im Stieren. Digga. Wie fühlst du das? Oh, so strong. Ist das mein letztes Jahr am Bootcamp? Ja. Wir haben das letzte Jahr am Bootcamp. Ich habe kein kleines Stoff. Ich weiß, wie wir es machen. Nein. Ist das doof? Nice. One is free. Step. Ja, ja. Step. Step. Race. What's wait? One is. Step. Let's go. Jungs WG Tag 1 geht zu Ende, heute war ein sehr schöner Tag, wir waren eben noch oben auf der Terrasse, haben uns über wichtige Themen unterhalten, zumindest unsere Größe und hier schläft schon Johannes Zett. Ich gepenne jetzt, morgen machen wir Fotos für Wave, man sieht gar nichts mehr, wir sehen uns morgen, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020